Lassen wir es zu, dass Frauen im Mantel ins Schwimmbecken springen. Also das habe ich mal anders gelernt. Wenn die Situation in Schwimmbädern aus dem Ruder läuft, was sagen wir dann? Na, wir haben den Wachschutz von neun auf zwölf Leute erhöht. Also als ich zur Schule ging und ins Bad ging in Neuköllner, war das auch nicht gerade mal Bad Befensen. Aber zwölf Wachschützer hatten wir im Schwimmbad noch nicht. Und wir haben eben viele, viele Dinge. Wir sagen unseren Lehrern, natürlich brauchen Kinder im Ramadan nicht zu fasten. Aber wenn sie es doch tun, dann sollte man Klassenarbeiten im Ramadan nicht schreiben. Wir sagen den Lehrern, beziehen sie keine Position bei der Frage Gleichheit der Geschlechter, Gewalt in der Familie. Das könnte die Hälfte der Schüler gegen sie aufbringen. So sind Sie ein Anhänger der Leitkultur. Nein, ich sage nur, wir müssen uns doch nicht wundern. Wenn dort, wo die Gesellschaft, dort, wo der Staat tatsächlich prägend und erziehend wirkt, wenn wir da unsere eigenen Lebensregeln nicht mehr offensiv vertreten, sondern wenn wir sagen, um Gottes Willen, es könnte jemand sich auf den Schlips getreten fühlen, bloß nicht ansprechen, dann müssen wir uns nicht wundern, dass wenn junge Männer dann ins Pubertätsalter kommen, dass sie dann den Kotten geben und auf dicke Hose machen. Das ist doch völlig klar. Also wenn er die Tochter, die Schwester nicht heiratet, dann knallen wir ihn ab. So, na toll. Ich glaube nicht, dass es sich so schnell knallt, aber wir haben ja diese Dinge, die da stattfinden. Und ich glaube, dass da unser Punkt ist, das hat der Bundespräsident übrigens in seiner Rede deutlich angesprochen, und es konzentrieren sich immer alle auf diese vier Sätze, dass es davor einen Absatz gibt und danach, wo er sagt, wir erwarten, dass unsere Lebensregeln, dass unsere Art zu leben akzeptiert wird und wir erwarten, dass jeder sich in diese Gesellschaft einbringt. Und wer die Regeln dieses Landes missachtet, der muss mit der Gegenwehr rechnen. Das wollen wir schon wieder nicht mehr, und darüber wird nicht geredet. Genau das muss geliebt werden. Ich komme nur wirklich aus einem Stadtgebiet, wo ich sehe, wie sich im Alltag diese Dinge, von denen jeder verbal behauptet, da müssen wir aber sofort entgegentreten, wie die Raum greifen, Stück für Stück, Tag für Tag weitergehen. Und zwar, weil wir keine Gegenwehr halten, weil wir keine Gegenwehr machen. Und lassen Sie mich den einen Satz noch sagen, bei mir segregieren die migrantisch stämmigen Bevölkerungsteile, insbesondere auch die Muslime, nicht mit der Begründung, weil es hier nicht schlecht ist, weil man hier schlecht lebt, weil sie sagen, wissen Sie, wir flüchten vor unseren eigenen Landsleuten. Meine Frau, ist es leid, sich im Supermarkt anmachen zu lassen, du bist eine schlechte Muslima, weil deine Tochter kein Kopftuch trägt. Du bist eine schlechte Mutter, weil dein Kind in der Schule mitturnt. Dein Kind läuft mit nackten Oberschenkeln in der Schule rum und turnt in der Halle. Das sind die Punkte, die bildungsorientierten Muslime, die flüchten vor ihren eigenen Landsleuten, die flüchten vor der Orthodoxie. Ich sage Ihnen, hätten wir nur alle Witten bei uns, hätten wir diese Probleme alle nicht. So, jetzt Herr Ströbele, weil Sie nämlich immer noch derjenige sind, der sagt, man muss tolerant sein. Wir brauchen diesen muslimischen Feiertag. Haben Sie das Gefühl, es gibt irgendwo eine Grenze, wo man sagt, das ist jetzt unser Land und das sind unsere Gepflogenheiten und ihr habt euch da gefälligst anzufassen? Oder geht Ihnen das nicht über die Lippen? Natürlich. Das sind unsere Gesetze. Also Gott sei Dank passieren ja diese schlimmen Sachen, die da angedeutet werden in dem Film, in tatsächlich relativ wenig. Also Fememorde und ähnliches Ehrenmorde sind vereinzelt leider oder Gott sei Dank nur da. Sie sind aber die Spitze des Eisneres, Herr Ströbele. Lassen Sie mich doch mal zu Ende sagen. Ja, lassen Sie mich... Ich glaube, Ihnen mangelt es auch wirklich in der Kenntnis... Bevor ich den Satz nicht zu Ende mache, ich sage Ihnen doch, das sind Einzelfälle. Aber in dem Augenblick, in dem jemand da sowas sagt in der Schule oder in dem... Muss natürlich, auch nach meiner Auffassung, der Lehrer tätig werden, der muss dann mal mit den Eltern reden, der muss dem entgegenwirken, der muss alle Möglichkeiten versuchen, der muss das in der Klasse zum Thema machen, der muss sich damit auseinandersetzen. Das ist nicht die Aufgabe der Lehrer, das ist Ihre Aufgabe als Politiker. Das ist Ihre Aufgabe, eigentlich hätten Sie... Zum Lehrberuf gehört das auch dazu. Was hätte er denn machen sollen? Sie leben in Kreuzberg und wenn Sie aber die Augen verschließen und die Realität nicht wahrnehmen wollen, dann passiert nichts. Aber eigentlich wäre das Ihre Aufgabe gewesen, schon länger auch einfach mal auf solche Missstände als Politiker aufmerksam zu machen. Das müssen Sie doch wissen, Sie leben doch in Kreuzberg oder kriegen Sie nicht mit, was um Sie herum passiert. Die Leute ziehen weg aus Kreuzberg, die gut gebildeten Türchen ziehen weg. Das ist genau das Problem, Herr Ströbe. Entschuldigung, so einen Satz, wie wir ihn vorhin in dem Fernsehbuch gesehen haben, Und dann kommt es ständig mit dieser Stigmatisierung... Wenn so einen Satz, wenn ein Rechtsradikaler gesagt hätte, da wären sofort 30 Grüne auf der Straße und würden eine Riesendemonstration mitmachen. Ich muss auch diese Gelegenheit jetzt nochmal wahrnehmen und Ihnen unbedingt noch etwas sagen. Aber solange Sie die Islamisten machen, wird immer nur ein Ja und muss man doch nicht so reintreten. Das wird das für Sie, Herr Ströbele, ich habe ein ernsthaftes Bedürfnis, Ihnen noch eine persönliche Botschaft hier mitzugeben. Sie haben ja seit Jahren auch immer wieder nichts anderes zu tun, als darauf hinzuweisen, dass Sie zugehen müssen auf die Migranten, weil das sind ja die stigmatisierten Opfer. Von seitens der Grünen immer zu Opfern stigmatisiert, wir müssen in die Hand reichen. Ich will Ihnen mal was sagen. Mein Vater ist als Gastarbeiter hergekommen und mein Vater war noch nie in seinem Leben ein Opfer. Der hat das aus freien Stücken gemacht und der fand das ganz klasse. Der fand das nämlich toll, dass seine Kinder hier zur Schule gehen konnten und dass er hier als freier Mensch in einer Demokratie leben konnte. Und ich finde, da unterschätzen Sie auch ganz schön immer die Gastarbeiter, weil Sie immer denken, Sie müssen sich schützend vor eine exotische Minderheit stellen. Es geht darum, dass Sie uns endlich gleichberechtigt ernst nehmen. Und dann müssen Sie auch über Diskriminierung von Türken gegen Deutsche sprechen, weil nur das ist Gleichberechtigung. Ja, und ich darf etwas hinzufügen. Dann müssen Sie auch endlich von diesem ganzen Kitsch weg. Da ist die Lehrerin, die will mit dem Kopftuch so gerne unterrichten. Da ist das kleine Mädchen, lieber Herr Ströbele, ich appelliere an Ihren politischen Verstand. Hinter all diesen Prozessen, die bis zur letzten Instanz gegangen sind, Frau Lodin und so weiter, standen die islamistischen Organisationen, Milli Görres und so weiter, die hier exemplarisch oder die Mädchen, die in Frankreich vor 20 Jahren zuerst in die Schule geschickt wurden. Dahinter standen drei islamistische Väter und Onkel, die aus Deutschland weggegangen waren, weil hier Druck war. Das sind alles Politische. Nein, ich möchte auch. Ich nutze die gelegenen Ruhe. Nein, stopp, stopp, wir müssen jetzt mal die anderen zu Wort kommen lassen. Frau Schwarz, Entschuldigung, Frau Jilmers hat lange nichts gesagt, ist aber diejenige, die auch im Zentrum hier sitzt, Herr Ströbele, Sie gestatten das für einen kleinen Moment. Ja, wir haben ja auch eine Frage.